Ja, liebe Freunde, damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache euch mal ein kleines Twitch-Highlight-Compilation-Video, denn ich weiß nicht, ob das jetzt hier alle mitbekommen haben, aber das soll auch so eine Art Infovideo sein für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich bin seit dem 17. August quasi wieder dauerhaft auf Twitch gewechselt, was Livestreaming und dergleichen betrifft. Das heißt, ich mache hier keine Livestreams mehr auf YouTube. Ich habe mir zwar das Recht vorbehalten, sage ich jetzt mal, hin und wieder vielleicht auch nochmal einen zu machen, wenn ich irgendwie auch Bock drauf habe, aber momentan sieht es nicht so aus, als ob ich dahingehend wieder zurück switche. YouTube bleibt trotzdem noch meine Main-Video-Plattform, daran wird sich auch nichts ändern. Nur ihr wisst ja auch, dass ich in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, eher so ein bisschen Inkonsequenz-Videos hochgeladen habe. Da hast du mal eine Woche ein Video gehabt, da hast du mal in einer Woche zwei, drei Videos gehabt, da hast du mal drei Wochen gar kein Video gehabt. Also das ist bei mir ja immer relativ viel, wie ich gerade Bock und Laune und Lust habe. Deswegen wird das auch weiterhin wahrscheinlich so sein. Wenn ihr mich allerdings regelmäßig sehen wollt, würde ich euch definitiv meinen Twitch-Kanal ans Herz legen, denn da bin ich wirklich jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag eigentlich immer im Livestream und wirklich unterschiedliche Games. Ich habe mir jetzt sogar noch eine Facecam gekauft, was ein bisschen ungewohnt noch für mich ist, aber trotzdem, glaube ich, ganz gut angekommen ist bislang. Von daher, wie gesagt, checkt es gerne mal aus, wenn ihr mal wissen wollt, wie ich aussehe. Aber nichtsdestotrotz, um dieses Ganze hier mal so ein bisschen, ja, oder Twitch, diese ganzen Twitch-Geschichte mal ein bisschen hervorzuheben, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein geiles Highlight-Video aus den, ja, sage ich mal, besten 12, 13 Clips, die ich so innerhalb des letzten Monats aufgenommen habe, oder die sich ergeben haben im Zuge eines Livestreams. Da waren einige coole Szenen bei, von Tarkov, von Star Citizen war dabei, diverse. Also hier Insurgency Sensor hat auch noch, hat auch ein, zwei Clips drin. Dann diese, die Call of Duty Beta, habe ich auch noch mal zwei Highlight-Clips von. Also ich habe wirklich komplett einige lustige Szenen erwischt und einige von euch werden mit Sicherheit diese Clips schon kennen, weil die entweder im Stream dabei waren oder halt ich denen die irgendwie so geschickt habe mal. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir gedacht, ich muss diese Clips einfach mal zusammen archivieren und das Ganze halt einfach als ein komplettes Twitch-Highlight-Video quasi von einem Monat Twitch zusammenfassen. Und das habe ich in diesem Video gemacht. Und deswegen würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Also, ich hoffe, es sind einige Clips bei, die euch gefallen oder wo ihr lachen müsst oder sowas. Wie gesagt, ist komplett querbeet zusammengemischt von lustig bis cool bis, keine Ahnung, also wirklich komplett querbeet. Ich habe euch da mal den jeweilsigen Titel quasi dazu geschrieben, dass ihr wisst, um was es geht quasi. Habt die Spiele auch soweit sortiert, dass man halt sofort sieht, hier kommen Clips von Tarkov, hier kommen Clips von, was weiß ich, Sandstorm oder so. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal im Livestream oder in meinem nächsten Video. Aber da kann ich halt nicht sagen, wann das das nächste Mal kommt. Und wie gesagt, kann einen Monat dauern, kann auch zwei Wochen dauern, je immer dann, wenn ich gerade ein aktuelles Anliegen habe, was ich euch eben halt zeigen möchte oder so. Deswegen würde ich sagen, sieben uns im Livestream, weil da bin ich auf jeden Fall immer konsequenter. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis dahin, noch einen schönen Abend, euer Dacosistens. Ciao, ciao. Jetzt kriecht was in der Halle. Hier hat jemand gerade irgendwas getrunken, direkt links im Gang. Lud, heilt sich, heilt sich, heilt sich. Warte noch, warte noch. Ich pushe hinten hindurch. Ja. Rechts gepompt angepusht. Nate war von uns? Nein. Oh, scheiße, die direkt neben mir. Komm. Steppst du auch, Jack? Nein, ich stepp nicht. Dann sind es zwei, dann sind es zwei in der Halle. Einer links, einer rechts. Nate. Ich bin links an der Kisten. Also die rechte Tür aufmachen mag, wenn du willst. Aber es ist einer links an der Tür, einer rechts an der Tür. Okay. Okay. Ja, Nate hat noch mehr. Noch eine zweite, Nate. Nate, Nate, Nate. Oh, der ist in der Tür explodiert. Ich habe Schaden bekommen. Ich heile mich. Aim up, aim up. Ich habe mich richtig gerippt. Ich heile mich, das hört da. Nate, rutscht da gleich. Da hast du ihn gekillt. Einer down. Oh, nein. Der ausgerechnet. Hat noch ein Nate geschmissen. Ich meinte auch noch ein Nate. Ja, 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 mach mal. Wo ist der? Rechte Seite? Winkelseite. War er zumindest eben. Aber er piekt immer wieder. Und schießt. Er purified übel. Ich glaube, er ist ja rechts jetzt. Weiß ich nicht genau. Red weg. Da zumindest so. Nach links hinten. Ist da hinten links weggelaufen. Machen wir gerade die Tür zu und save Max-Gear. Beziehungsweise, ja, save Max-Gear in Sinne von, ich nimm es mit. Beziehungsweise, schnapp mir sein Kram, weil bessere Armour und so. Da kommt Nerg, er kommt wieder. Ich bin down. In der Tür ist er. Shit. Ich hab ihn. Ja, schönes Ding. Immerhin. Immerhin. Das war intensiv. Das meine ich. Weißt du, das ist, das war geil. Das war geil. So berechtigt. Das wird er sich wahrscheinlich auch denken. Ja. Ja. Gear. Ja. Ganz viel. Ja, viel Spaß. Mach die Tür zu, hab Spaß. Lüttich voll, hau ab. So, dich raus. Das war cool. Und ich hab Level Up bekommen mit meinen 400 XP. Das war intense, Alter. Die Box hat Bock gemacht. Das war eine geile Runde. Kein Ding, wirklich. Echt gut, echt gut. Wäre schön gewesen, ich hätte ihn gekillt, aber es war, es hat einfach richtig Bock gemacht. Wieder zugemacht. Haupteingang, meh. Also Ruhe bitte, Ruhe. Mal kommen. Es sind zwei. Nein, da hat er gerade einen Nade geschmissen. Beide down. Aber fuck, man hat doch einen Nade geschmissen. Da haben wir nicht gerechnet, ey. Ja, aber da war noch eine Nade. Das war für mich keinen Sinn gemacht, dass ich da eben eine Nade schmeiß. Man wirft ja eine Nade direkt von die Tür. Ja, es sind doch wieder beide tot, ey. Fuck, ey. Also du hast beide tot. Ja, die sind tot. Kann natürlich sein, dass noch ein dritter unten irgendwo ein Pimple. Aber zwei auf der Treppe sind down. Ich bin jetzt unten, ne? Shit, ey. Wie weit unten? Schon die Rampe runter? Ja, ich sehe hier die Dudes. Meine Fass. Achso, dann komme ich oben jetzt die Treppe runter. Wer wirft denn dann den Nade? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wer wirft denn dann von so close range einen Nade, Alter? Da geht es ja fast selbst mit so einem Ding, ey. Warte, ich höre ihn auf jeden Fall. Er ist nicht auf Metall, er ist unten, glaube ich. Ja, er ist bei mir unten. Er wird Flash, er ist bei mir unten. Du kannst ihn pushen, wenn die nicht zu zweit sind. Metall warst du? Metall war ich kurz. Okay, habe ich gehört. Er vielleicht auch, keine Ahnung. Ich, 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 ich push auch. Hast du ihn? Nein, klar. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ist mir voll in die Arme gelaufen. Ich hoffe, ich habe es nicht dichtgekillt. Habe ich nicht, oder? Nein, nein, nein. Okay, 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 okay. War einer, ne? Ich komme rum. Ich bin unten. Ja, ich bin wieder oben. Okay. Okay, super sauber. Du hast ja auch irgendwas gekillt, ne? Du hast totes unten. Echt? Ich habe gepre-fired. Ist ein Bot, never meint. Ist ein Bot, ist ein geludeter Bot. Ich baue Tür hier zu. Aber du bist ja eh oben. Oh, A7-Move, Alter. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt einfach mal pushen, ey. Asozialste Aktion ever, ey. So, ich bin auf jeden Fall, komm mal du mal runter. Ich bin einsichtvoll. Dann gehören dann zu den Scheiß von dem Looten hier. Ja, aber der hat sich auch mit denen gebattelt. Ich weiß nicht. Hinter uns, mache ich auch noch was. Stopped down. Hinter uns. Ja, habe ich gehört. Oder unter uns. Ja, kann auch sein. Oh, Nate, direkt neben mir. Ich orientiert uns. Oh Gott, ich lebe noch. Oh nein. Oh, Nate. Noch eine Nate. Ja, die Granate ist in meinem Gesicht gelandet. In deinem Gesicht? In meinem Gesicht. Ich lag hinterm Blumenbild und die prallt aufs Blumenbild drauf. Und ich habe einfach so gedacht, bitte bleib oben liegen. Dann gehen die Schattenhälze mich rüber. Und die fällst du ganz trocken an der Kante runter und landet direkt vor meinem Gesicht. Nein. Läuft bei dir. Das ist auch immer ein Highlight-Clip, Alter. Scheiße. Bot unten in der Halle. Wer nicht sterben will. Digga, ich habe dem so viele Hits reingegeben. Meinst du, das interessiert den? Ist wieder zurückgegangen Richtung Weapon-Testing-Area. Nö, mitten unten in der Halle. Also mehr auf Kopf als dem kann ich nicht schießen. Scheiße, ich habe meinen Mechel-Drop. Okay. Wow, das war... Mein Mechel aus dem Himmel. Und der Server leckt gerade seinen Vater, ey. Alter, ist der Server rippt. Neu. What the fuck passiert hier gerade? Äh, Marc, ich kann mich nicht... Alter, der Server leckt richtig. Holy shit. Oh mein Gott, was war das für ein Ultra-Lag? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Let me aus. Mich hat das Mechel gerade durch die Map teleportiert. So lustig aus. Und, äh, hier kommt Bots von rechts. Und, ähm, ich finde jetzt dadurch, dass ich klinge die Stimme ein bisschen bassreicher, weil der Held das Mikrofon ist ein dumpfer macht. Alter, wie viel kommt der da bitte? Nicht genug Abruf für, glaube ich. Jo, äh, hallo. Hallo. Komm her, halt still. Ah, das war schön, ey. Oh Gott, ey. Ein bisschen Luck muss man auch mal haben. Mach du kacke, ey. Ich habe zwei Bots mit meiner Pistole zu einem auf den Kopf gekloppt. Und sie sind einfach rumgefallen. Das war so ein richtig, das war so ein richtig assiger Move, ey. Oh Mann, ey. Das Spiel, ey. Manchmal, ey. Seid noch nicht weit. I love this game. Ich liebe es einfach. Es macht einfach nur Spaß. Ah! Lieb's ein, ich muss anladen. Das ist einfach Fun, ey. Ohne Scheiß. Kein ganzes Dachmacher, ey. Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Yes! Wuhu! Das müsste funktionieren. Ja, das musste einfach funktionieren. Ah, Gott! Das musste einfach funktionieren. Das hat so ewig nicht mehr versucht, weil immer ist hinweggebrassen worden von dem Ding, Alter. Voll am Heck runter erwischt die Sau, Alter. Ich bin gut. Ja, Mann. Yes! Heidert des Tages, ey. Ohne Scheiß. Das war gut. Ich frage es, wie stelle ich mich am besten hin. Oh, das zeigt er mir sogar an, das Dings. Hauptsache nicht nackt. Was? Nackt? Nein, nicht nackt. Das will keiner sehen. Okay. Ja, passt. Passt, wackelt und hat Luft. Soll es auch genug Platz haben, um daneben zu landen. Wow, 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 wieso zum Teufel hüpft mein Schiff jetzt hier? Du wachst da ja gerade rum, du fliehst ja, du explodierst bestimmt gleich. Du liegst jetzt auf dem Kopf. Ich lieg nicht auf dem Kopf, aber mein Schiff. Jedenfalls, ja. Das gehört so. Genau. Ciao. Jo, war nett mit dir. War ein schönes Flugzeug. Nett. Ist kaputt gegangen. Ist schon, ist, ist, ja, ist kaputt gegangen. Irgendwie sowas, also echt bezahlbar, glaube ich. Aber die sind auch. Kann man ja mal gucken. Naja, die sind aber auch nicht so geil. Die sind zwar geil, weil du nirgendwo hängen bleibst, aber wenn du zu schnell bist, bleibst du trotzdem wo hängen. Mega! Hast du den Drift gesehen, Alter? Das war richtig gut. Als ob ich da nichts anderes machen würde. Geil. Du machst da aber nichts anderes. Ich glaube auch, ey. Das war cool. Oh, Mann, ey. Perfekt eingeparkt, Mann. Erzähl doch, sag mal jemand, Mann, vor Wege. Ich kann nicht fahren, ey. Ich kann sicher nicht, ey. Muss die Klappe noch zumachen. Es gab damals einen lustigen Bug im PTU. Irgendwann mal. Ich glaube, das war auf irgendeinem Mond auf dem Markt oder so. War das so. Wenn man da, ähm, irgendein Punkt angejumpt hat, der hinter dem Mond oder hinter dem Planeten war. Man hat das Spiel versucht, durch den Mond zu quantum traveln. Und das hat natürlich nicht funktioniert, weil man direkt mit der Planetenoberfläche zerschellt. Das ist einfach nur lustig. Muss man ja immer tatsächlich irgendwelche Punkte außerhalb anfliegen. Jo, genau den Bug meinte ich. Nice. Dankeschön, dass das Spiel immer noch so gut funktioniert. Ich hätte es nicht sagen, so Instant Karma, ey. Ohne Scheiße, ey. Genau den Bug meinte ich. Wow, Spiel. Danke. Okay, müssen wir das nochmal neu machen. Scheiße. Weil sowas musst du einfach rechnen, wenn du da einfach zogst. Ganz ehrlich, ey. Das ist halt einfach so. Viel zu gut, ey. Ich glaube, das Spiel kann ich auch neu starten, weil das ist dann meistens, meistens ist das Game so ripped davon, dass es nicht mal rafft, was gerade passiert ist und erst mal dir einen Black Screen raushaut, ohne dich hier zu spawnen. Ja, ich glaube, ich kann das Spiel mal neu starten. Er hat sich vor dem Feld aufgehacken. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Wirklich. Guck nicht aus dem Fenster. Nein, ich kann es nicht vor. Ich habe allgemein nicht Bock, irgendwo rauszugucken. Hauptquartier ist online. Wir sind aufquartier, bitte warten. Runde bereit für Überflug. Marsch und Körper bereit für Kratzen auf eine Schuze. Ich habe das Hauptquartier gesehen, dass ich leistet. Alter, wie ich hier gerade abgehe. Ich war einfach nicht mehr weg, die ganze Zeit. Ich hau die ganze Zeit irgendwie weg. Alter, bin ich da gerade abgegangen, am Ende noch. Ich weiß nicht, wie viele Kills ich da gemacht habe. Wir fühlen zehn oder so. Richtig reingehauen. Übelst rumgecampt und einfach immer wieder gepiekt geschossen, piek geschossen, piek geschossen, piek geschossen, piek geschossen. Die ganze Zeit immer kill, 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 kill. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit selbe Ecke. Da habe ich sieben, acht Leute weggeholt an der Stelle. Ja, ich würde sagen, ich bin der Erste. Ja, aber ich habe eben alle eingeholt, Alter, easy. Dass die auch alle dieselbe Ecke gelaufen sind, jeder Scheiß-Spieler von denen ist in die selben Korridor gelaufen. Die müssen doch mal checken, dass da jetzt einer nach einer weggeholt wird, Alter. Was das Odin, erledigt das? Die Odin ist wirklich gut. 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 WOOOOO! Niiice! Very nice! Ja, Affen, Alter. Die Odin ist wirklich gut. Vielen Dank.